Wenn mein Schatz Hochzeit macht, fröhliche Hochzeit macht, hab ich meinen traurigen Tag. Wir sind hier in Kopenhagen, nach der Rehearsal, mit der Danish Radio Orchestra. Und das ist gut, wenn es Antiphonal ist. Ja. Giving a concert with your partner in life is something special. Everybody imagines big conflicts during the preparation and fights about who is in charge. Well, I better don't question that the conductor is in charge. And she better doesn't question that I'm a tenor. So we can avoid a lot of fights, I think. Please welcome Julian Ferradia. Great to be back. Malo. Okay. Malo. What's your feeling about the Mahler songs? This is the first year that you sing them. Es ist die erste Mal, dass ich die Mala-Song mit dem Orchestra singe. Ich habe die Piano-Version und die Chamber-Version von Schönberg. Heute war es die erste Mal mit dem Orchestra. Es ist die erste Mal, dass ich diese Orchestra in der ganzen Welt von Imagination habe. Du singst auf grüner Heide Wenn ich wieder auf die Date der Composition, wie 1984, 1985, und ich weiß andere Musik aus dem Zeitpunkt, andere Art-Songs, wie Johannes Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss, ist so anders, in Bezug auf die Simplicität, aber auch in Bezug auf die Simplicität so viele Lägers der Wahrheit und der Leben. Es ist nicht so, und ich meine nicht so, dass es nicht so artvoll ist, es ist einfach so wahr. Der Bezug auf die Musik ist wirklich, wie die Welt beschreiben. Und nicht nur beschreiben und schildern es, sondern es machte dich das Leben, als wenn du in der Moment bist, all diese Elemente leben. Wie ist die Welt so schön, sie kürt, sie kürt. Es ist wirklich Cinematic, weil wir in der Zentrale der Orchestra, und du hörst, und hornkuller, und... ...trees, und leaves, und die Natur kommen aus von jeder Richtung, wie wenn du es in einem Film gesehen hast. Nein, nein, wir haben es eigentlich geniht. Es war wirklich... Und dann sagst du, Ravel, die fünf Grieke songs. Warum? Ich denke, es ist ein schönes Kontrast von kein Problem, von kein Problem. Ja. Es sind fünf Songs, die sprechen über den schönsten Tag der Wedding. Es beginnt mit der Wachstum auf die Bride, dann sehen die Kirche, und wie die Familien zusammenkommen. Dann die Bremseung auf die Brüme, wie, wie großartig ich bin, ich habe Pistole und ein Saber, und ich bin so ganz schön, aber du bist die ich liebe. Ich habe ein Glühzmesser, ein Messer in meiner Brust. Oh, wie, oh, wie, das Stadtminder ist, Untertitelung des ZDF, 2020